Hi, mein Name ist Richard Fichtner. In meiner Session Pragmatische Builds mit Apache Maven wollen wir uns anschauen, was jeden Tag auf unseren Servern zu tausendmillionenfach passiert. Es laufen Builds mit Maven. Diese Builds laufen jeden Tag und oft funktionieren sie. Ich hoffe, meistens funktionieren sie. Und das ist immer nicht selbstverständlich, weil manchmal brechen die auch. Wir gucken uns an, warum es Flaky Builds geben kann. Wir gucken uns an, was machen die Dependencies in meiner POM, warum ist meine POM über 2000 Zeilen lang. Alle diese Sachen gucken wir uns an und das Ganze von Scratch nach oben. Wir gucken uns an, warum gibt es Warnings, was kann ich mit Standard Plugins tun und alles immer so ausgelegt, dass das natürlich für eure Projekte, die ihr heute im Einsatz habt, ohne dass ihr irgendwelche proprietären Plugins braucht oder irgendwelche anderen Dinge, dass ihr das wirklich an euren Projekten mal ausprobieren könnt und was Gutes tun könnt für euer Maven Build. Ich freue mich auf euch und sage schon mal Tschüss, bis dann.